5, 6, 7, 8! Wenn ich diese Show bekomme, werde ich sehr hart arbeiten. Oh, bitte. Willst du den Job oder willst du den Job nicht? Ja, klar will ich den Job. Ich heiße Maggie Winslow. Ich wurde geboren in San Mateo, Kalifornien, an einem Donnerstagabend um 22.40 Uhr am 17. August und ich bin 25. Stopp, 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 stopp! L, Schritte, step, brush, step, brush! Und ich brush, step, brush, step! Und mach dein Kaugummi raus! Wir sind alle etwas Besonderes. Sie ist was Besonderes. Er ist was Besonderes! Und Sheila und Conny und Richie, sie sind alle etwas Besonderes! Es wäre mir eine Ehre, in dieser Reihe mit zu tanzen. Und dann hat er gesagt, dieses kleine Mädchen hier wird mal ein Star. Ein neues Spiel, du kennst das Ziel, mich erlaubt, bei bei 13, bei bei 13. Hallo! Ihr hebt ihn hoch, ja. Wo ist deine Tasche? Wie viele Leute brauchst du? Vier Boys, vier Girls. Brauchst du auch Frauen? Was macht ihr, wenn ihr plötzlich nicht mehr tanzen könnt? Na, AC! figured, schade ich, ja. Musik von der